Welche Unterlagen das braucht für den Wohnungsverkauf, finden Sie detailliert auf unserer Checkliste. Die Checkliste finden Sie wiederum auf unserer Webseite. Wichtig ist, dass Sie gut vorbereitet sind beim Wohnungsverkauf. Es braucht einen aktuellen Grundbuchauszug, nicht älter als sechs Monate. Wenn Sie haben, wäre es gut, wenn Sie den Grundrissplan der Wohnung hätten. Und dass Sie vielleicht auf einer Handzettel schreiben, was Sie in den letzten paar Jahren gemacht haben, also welche Renovationen Sie in der Wohnung gemacht haben. Das ist zum Beispiel eine neue Küche, 25'000 Franken, ein neues Badezimmer, 15'000 Franken auf der Handzettel aufgeschrieben. Was ich froh wäre, wenn Sie bereit machen würden, wäre es zu Ihrer Wohnung ein Reglement oder eine Begründungsurkunde. Wenn Sie das in den Unterlagen finden würden, wäre das sehr gut. Und was auch noch gut wäre, wären die zwei letzten Protokolle von der Generalversammlung, in den zwei letzten Jahren und ebenso die zwei letzten Jahre Nebenkostenabrechnungen. Bei Fragen sind wir für Sie da. Sie erreichen uns per Telefon oder per Mail. bei Fragen sind wir für Sie da. Sie erreichen uns per Telefon. bei Fragen sind wir für Sie da. Sie erreichen uns per Telefon. bei Fragen sind wir für Sie da. Sie erreichen uns per Telefon.